Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag auf der Suche nach Stami. Für diesen Auftrag müsst ihr an den Meeresgrund. Ich habe es hier auf Level 3 gemacht. Fahrt hier gleich am Anfang den linken optionalen Weg und fahrt bis zum Meeresboden. Hier befinden sich ja einige Pernus im Boden verbuddelt, aber auch ein, zwei Stamis. Hier seht ihr gleich rechts einen Diamanten von Stami. Lockt hier einfach ein Lumineon mit einem Samtapfel zu diesem Stami und fotografiert das Lumineon, während es das Stami ausbuddelt. Dieses Foto müsst ihr am Ende beim Professor abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschömedö.